So, da bin ich wieder. Und damit willkommen zurück, willkommen, willkommen zurück hier oben heißt es. Bei Final Fantasy 15, ich habe das nächste Dorf erreicht oder die Stadt. So, ich habe das Vorbein. So, ich habe das Vorbein. So, ich habe das Vorbein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tut gut, mal nicht töten zu müssen Willkommen am Galdinkai Ich habe schlechte Neuigkeiten Was? Ihr kamt, um in See zu stechen Woher weißt du das? Doch, der Hafen ist geschlossen Der bist du überhaupt? Ein gestrandeter Wanderer wie ihr Ich sehne mich nach meinem Zuhause Und alles nur wegen des Waffenstillstands Eine Sondermünze zum Friedensabkommen? Echt jetzt? So ein Quatsch? Das ist euer Taschengeld Hey Sag schon, wer bist du? Sag dich doch schon Ein Wanderer Ja, klar Ob es stimmt, dass die Schiffe nicht fahren? Hm, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen Am besten, wir schauen mal nach Ich glaube, dieser Fisch ist mein neues Weitgericht Wirklich? Sowas Dummes Wie kriege ich denn jetzt meine Lieferung? Probier's doch mal aus Nee, lass mal, muss nicht sein Ist bestimmt witzig Dann probier du's doch Bei mir kann man nichts mehr verbessern Dann halt prompto Hoffentlich öffnen sie den Hafen morgen wieder Der Hafen scheint echt geschlossen Weit und breit kein Schiff zu sehen Aber wieso? Bis zum nächsten Mal Hm, Hafen nicht spät, das ist doof Dann heißt es, wir müssen wieder hochlaufen, ja Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt Meinen Quellen nach Hat Niefelheim angeblich einen Embargo verhängt Ihr müsst die Noctis-Truppe sein Habe ich recht? Höchst erfreut Mein Name ist Dino Ja, als Reporter habe ich so meine Quellen Von mir bleibt nichts geheim Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht Allerdings, wäscht eine Hand bekanntlich die andere? Was liegt da Ihnen an? Sehr schön, du fackelst nicht lange Gib mal deine Karte So, einen neuen Eindruck haben wir jetzt auch für die Karte Und dann geht's weiter Hab euch auf der Karte eine Stelle markiert Wo es Rohedelsteine gibt Die brauche ich Für meinen Zweitjob Im Gegenzug versuche ich euch ein Schiff Für die Überfahrt klar zu machen Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich Naja Also Das war das Gold Also, wir waren im Büro, die waren gesessen Der Typ hat uns ja direkt erkannt Naja, wir verheimlichen's auch nicht wirklich Er meinte, er sei Reporter Wenn wir einen Artikel über uns vermeiden wollen Sollten wir uns gut mit ihm stellen Da, mein Stoff Weg da Ist aus Altissia Ah Das ist nichts Besonderes Ne Nur ein Werbe Einfach als Zufblatt Woher kriege ich denn jetzt meine Lieferung drüber Da reingehen? Hier was zum Sammeln Wie wär's mit deiner Massage? Nö Keine Massage, danke Kein Geld dafür Okay, da mache ich wahrscheinlich wieder hin Wenn ich ein Schiff habe Da ist auch noch raus Ne, doch nicht Da fliegt doch schon wieder so weit Rund drüber Okay Da war ein Schatten auf dem Boden Deswegen dachte ich, wäre ein Vogel gewesen wieder Macht mal Platz hier Ich stehe ja voll im Weg hier Echt mal, Leute Oh So Ach, da ist man ja wieder rüber da hinten Ups Deine Idee Was? Wo? Da Was ist denn? Eine Katze Was ist? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann hast du bestimmt Hunger Hunger also Verstanden Warte mal eben Wir müssen hier irgendwas suchen Furtra meinst du? Du könntest was angeln Gute Idee Das machen wir Angeln Wo angel ich denn hier? Angeln, angeln, angeln Mal gucken wir mal Was angeln Eh, eigentlich von hier aus Angefangen eigentlich Noch ein Zeichen, oder? Mal gucken wir mal Mal schauen Mal schauen Nehmaufgabe Eigentlich wird hier Angeln Normalerweise Mal gucken wir mal Mal gucken Mal sehen lasst uns hier ein foto machen eine gute wahl also los geht's fotozeit großartig zu hause auf den straßen der welt warum ziehst du nicht die jacke aus nee da habe ich auch gerade gedacht geht leider nischt aber ich gehe jetzt mal da hier und tag und nacht gibt es ja auch hier so dunkel und hell das ist immer tagesablauf da habe ich hoffe es ist was für dich dabei da steht also was man sieht sich 9 9 zum küsten fischen hier da steht da ich bin noch weiter weg leider ja ich habe nur fünf gill habe ich fünf gold habe ich noch was verkaufen öffel angel zugehörte das Essen was das brauche ich da eigentlich mehr? da heißt wir verkaufen sowas so und da was ist besten dank besten dank bis hoffentlich bald da kann man bestimmt gut angeln echt jetzt das wäre das erste mal dass wir außerhalb der königstadt angeln was es hier wohl für fische gibt weiß nicht versuchen wir es einfach mal das ist 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 Huch! Huch! Oof! A juicer. Oh, yeah! He just gave me a steal. You're a destroyer! I've got a bomb! Richte die Route auf den Fisch aus. Ah, ich bin schon mal rein. Ich bin schon mal nicht. Oh. Katzen würden Fischfraß kauf. Oh. Gut gemacht. Oh, großer Fisch. Okay. Ein kleiner Fisch. Sehr schön. Okay. 2,1 Kilo. Ja. Aber es hat geklappt. Das erste Mal hat er... Ja, wollte ich ja eh. Deswegen habe ich das ja gemacht. Guck mal, es ist schon dunkel. Licht zusammen. Das war's für heute. 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 Oh. Ja. Der Kellner meinte, er sei ganz frisch gefallen. So gut schmeckt's nur an der Küste. Oh. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Wirklich? Ja, der wollte den Fisch nicht haben. Herzlich willkommen bei uns. Der will das im Geschäft haben. Wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Hach, Fisch bieten die an. Das war ein Fisch der neben. Muschel auf keinen Fall. Frisst die bestimmt die Katze nicht. Ja, Fisch ist da. Was? Fisch ist das? Das ist... Hier oben drüber steht das glaube ich dran. Das da? Das Fisch? Das? Hm. Wie teuer ist denn das? Was? Ich hab 140, glaub ich. Ungefähr. Ja. Das hab ich oben rechts, ist mein Geld, was ich an Geld habe. Ja. Du hast nicht genug Geld. Das? 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 Mano. Beehren Sie uns. Bis bald wieder. Ja. Ja. Ich weiß weiter. Ich wünsche keiner Verkaufnahme am Bestand ver... Schlafen geht? Ich bin noch nicht. Ich weiß nicht, dass der Schlafen geht, weil sonst... Ich hab Hunger. Was sollst du auch nicht? Hab ich gesagt. Was ist leer? Mal kurz gucken, ob man mal 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 geschrieben hat. Ich hab noch 3%... Oho. Das ist doch so viel. Ich hab noch nicht gelesen. Ich hab noch kurz... Guck mal. Nee. Glaub ich nicht. Der ist glaube ich leer, oder? Ich hab den noch nicht noch... Ich hab noch mal angeschlossen. Nö. Der ist nicht. Nee. Okay. Äh... Dammchen. Ganz kurz noch mal reingucken. Guck mal, wenn der geschrieben hat. Hä? Auf Welt und Pass gucken. Okay. Mein Handy ist gleich leer. So. Ich wollte jetzt gucken... Ähm... Den Fisch verkaufen. Der war im Stand zum Verkaufen. Ich glaube, dieser Fisch ist mein neues Leitgericht. Schön. Nee, da ist ein Stand am... Am Strand ist ein Stand. Ist der hell? Ja. Vielleicht soll ich gleich noch schlafen? Nee, nee. Schon okay. Nein, genau. Wah-ióschenk.